ja willkommen mein namen ist der niebe und ich begrüße euch zurück zur let's play tels of cilia ja in der letzten folge haben wir könig nachtigall verdroschen und er wurde von irgendjemanden oder irgendetwas getötet und ja wir wollen einfach mal die ganze von christlich suchen wie immer hat sich nichts ändern aber hier ist es gibt mir das neue art der beschwörung ich bin immer so surprised at how you're able to channel spirits without having to perform an incantation is it that surprising no normal human could do that when channeling a spirit the incantation is supposed to serve as the contract between the parties how do you channel spirits without a contract i don't do anything particularly special when i offer mana to the spirits i just confused with my desires get your act together and use your art and no bad talk something like that von der kontrakte it's not good to caro people be the spirit or human wouldn't you agree whatever you say quite a surprising answer indeed na gut wir stellen fest mila droht die geister an damit sie ihre kraft geben na klar ok warum nicht ja wie gesagt wir sind immer auf der suche nach der ganze kreis nick und okay damit auch eine art könig nachtigall ja ist leider von uns gegangen so ab voran ihn fällig machen konnte und bauert für die menge menge fähigkeiten so aber ich habe auch gesehen da sind wfp gewesen und noch eine fähigkeit geil nämlich kp schub super so gut erst mal fp das hat gefühl wir bauen verdammt verdammt viel fp auch geil auch geil sie um noch bitte neue arzt dankeschön wird einmal in ihrer ausdauer nahe herstellen bloß die wieder herstellung zu feuert bewegung um zehn prozent tp um 10 prozent rasender schlag und kp gewinnen dann nehmen was mal das hier mit ein paar kp und immer noch über was cool ja noch stärker verdammt da muss ich mal als auf screen ankommen ich kann gar nicht alle art zeigen ehrlich gesagt aber so viele und ich kann ja schon überall ich kann ja schon überall jetzt platzieren auf controller ich komme gar nicht dazu mir alle zu merken und ja macht ein bisschen schwierig alle zu zeigen wenn ich ein bisschen schade klingen strom sie einfach nur neue art und die muss ich am farben okay nein keine wp mehr okay muss gehalten werden sich kann so was hast du dir alles günstige linge aber wir das karte hat kann bewundene art ausgelüsten werden kb schub bei erholung nach kp k.o. werden kp. vollständig wieder hergestellt auto hat 50 prozentige schon mal kp wieder ganz schön gute sachen recht gesagt ich weiß nicht hier ob wir kommen rundung kannst du weiter umgehen da machen wir mal also ich muss ja nur vier drücken und dann nach einer fliebten umrundung dann kann er noch mal umrunden oder wie soll er diese nein was zu starke also tp auch wenn ihr geübt medium und violetter gürtel aber wir können uns der oponieren stimmt wo ist meine zin überhaupt bin ich ja richtig oder ob ich aber da ganz zurück man ja wo ist denn die ganze von christnick hier ist mir noch ein gehör war doch schon ganz oben oder bei mir kam war ich musste glaube ich weitergehen ich idiot ich werde zurückgegangen weil ich bin der pussi speichern wollte hier mein fehler so war da ach so ja hier so verlast bitte wo sind wir jetzt keine ahnung sieh mal noch gleich aus alle anderen orte okay fertigkeitsbuch vollabwehr ein buch mit dem die gruppe zugang zur fertigkeitsrundung arbeit und durch dringlich abwehr erhält okay sag mal deine abwehr kann nicht mehr durchbrochen werden geil weiß auch voll im bar da komm her wenn du unbedingt willst sagt ob sala und sagt ich wollte eigentlich die mystik art ich komme irgendwie nicht so rechtzeitig gewechselt mein gott man leckt das denn hier so konsolen PSI ich muss mal gucken wo ist die mystik art von elvin die höllen russ star l1 und richter nach unten weil da möchte ich auch mal sagen der dinge sehen hier kann man nicht ein da wäre es war vielleicht klug die mystik art aufzubewahren aber ja ok ja 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 das ist ja 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 da möchte ich noch machen möchte ich auch noch einfache ohne truhe geil ihr macht jetzt erst mal das hier und sagt sagt richtig schade terminus stoßen das heißt man könnte eigentlich schon relativ früh mystic arts bekommen ja okay kann man beigebend hätte auch teil wenn man viel trainiert die sind normalerweise level abhängig aber ja jetzt hat er eigentlich auch level abhängig nur wenn man beschissens gilt dann bekommt man ihn nicht nächster boss design in diesem palast ist echt ein bisschen wiederholbar einseitig wollte ich sagen sie könnte am anderen nennen des kontinents ein genau das riesige dinge so super sind wir hingekommen nur um zu erfahren dass wir hier falsch sind im kalten schatten ich kann's figure it out who could have fired those arrows that killed noctagall i have no idea but for an instant i sensed a strength that was equal to the power of a great spirit well it's definitely not your pals since they're trapped in the lance wasn't there also talk about a great spirit like presence in the attack on himmel there are two possibilities either the enemy has found a way to control the floor yeah or there are other great spirits of which i am not aware so we're going to end up fighting a great spirit either way wonderful ja wundervoll kann kaum erwarten ich wäre auch mal mit der seite von einem von den kämpfen ja am anfang wurde er nur erklärt wie er kämpft mit der macht der vier großen geister ja was ist mit dem vier großen geistern so kann er zingesehen wir sind jetzt eigentlich nur wegen der katze hineingegangen was zum teufel jetzt müssen wir hier raus und soll er hat wir sind eigentlich für nix hier entlang gegangen so aus hier hat geschoss ja das richtig ja und zurück nach fern und was jetzt auf halt oh this ain't good ja ja für jeden 14.000 Es hat angefangen. Ui. Liebesche Katzeninkommen. Jetzt customisieren wir das Fleisch! Die혀! L represents Differently! Lässt uns rechnen und rettens presumgas?! Lässt uns rechnen! Lässt uns rechnen! Lässt uns rechnen und rettens oben! Lässt uns rechnen und drehen. Lässt uns rechnen und sich armoranven. Lässt uns rechnen undiec-eating. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Oh ja, ich glaube jetzt geht es erst richtig los. Oh nein. Ich wusste es. Soldat, wer ordert Sie, um diese Message zu tragen? Der Deputy Chief himself. Ist etwas falsch? Nein. Sie sind verraten. Die Bedürfnis noch nicht, diese verdammte Lanze. Was auch immer es ist, müssen wir gehen zum Fezibel Marsch. Das hat mich der Ort in der Nähe von Nierkehra. Forscher von Riesemaxia. Okay. Mordigwährung, aber dafür haben wir keine Zeit mehr. Erforscher von Riesemaxia, eine Silbertrophäe. Cool. Ja, dann ist das hier Kapitel 2 wahrscheinlich. Oder wir haben Kapitel 2 abgeschlossen. Bling. Ja. Aber ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das... Akklo und Sumpf, kenne ich nicht. Wie es weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Part. Tschüss. Und Bye Bye.